Nein, wir verkaufen jetzt Sabretti. Wir hatten noch ein bisschen Kohle. Oh! Achso. Sané, ey, putz Digga! Ich weiß nicht, ob du den schon hast. Immerhin, ein Walkout. Okay, jetzt haben wir ein Walkout. Dann kann ich endlich mal den Ronaldo spielen. Aber erst, wenn ich einen Tot jetzt sehe. Richtig geiles Team Reels. Richtig schön. Oh, woher so viele FIFA-Points. Wie hast du circa reingesteckt in FIFA? Sorry. Okay, wenigstens ein zweiter Walkout. Beim nächsten, beim nächsten. Mit dem heute 700. Das geht ja voll klar. 700? Alter. Ja, moin. Kavani, ich weiß nicht, ob du den schon hast, aber... Digi, ey, wir hauen ja hier voll die Walkouts raus. Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? Richtig geil. Ja, ich zieh nie was. Ja, voll krass, weil gestern sagte mir noch zu einer, der hat 80 Packs gezogen. 80, guck mal, noch in Form. 80 Packs. Er hat nicht ein Walkout rausgezogen. Ja. Ja. Ja, noch in Form hier. Er hat ja einen hübschen Bart. Also, Bartwuchs ist da. Deine Glückshänder. Ja, hoffen wir, dass das Glück bleibt. Also, Holzklochen. Oh mein Gott. Ah ne. Boah, ich hab jetzt grad gedacht, weil der Bodenblau war. Oh, man macht doch nicht diesen, ey. Bei der Bodenblau war hab ich schon den Herzinfarkt bekommen. Guck nicht auf den Boden, Chrissy. Ist nicht gut für dich. Jo, wo meinst du jetzt? Also, hier sind doch schon ein paar Bartträger am Start, ja? Sind schon ein paar Bartträger am Start, ja. Oh, auch gar nicht schlecht, Piqué. Nicht schlecht, oder? Wieder ein Walkout. Also, wer noch Packs gezogen haben möchte, äh, ich stehe gerne zur Verfügung als Packsierin, als professioneller Packsierin. Ist ja gar kein Problem. Meine, ich, meine Aufmerksamkeit ist erregt. Happy Friday. Das hört sich gut an. Oh! Komm raus, Digga! Ah, ja! Aha! Jo, ja, ja! Ja, kann man machen! He, 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 he! Aha! Abstoßen, ne? Ja! Okay! Warum willst du das zurückgeben, Dreier? Ja, ist so, Lukas, ne? Ja, ist so, Lukas, ne? Ja! Warum willst du das zurückgeben, Dreier? Ey! Nein! 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 Was ist das denn? Ich glaub's nicht! Ich glaub's nicht! Ich glaub's nicht! Ich glaub's nicht! Was ist das für ein Pack lang heute? Oh mein Gott! Schiebt mir! Komm! Schiebt mir eure Packs rüber! Komm! Warten hat's gelohnt! Warten hat's gelohnt! Warten hat's gelohnt! Ey, ich glaub's nicht! Wirklich nicht! Das hätte ich ja jetzt gar nicht mit gerechnet, oder? Hätte jetzt grad irgendjemand damit gerechnet? Also! Ey! Unglaublich! Ich wünsch mir deinen Eusebio! Womit du ihn schon mal zocken kannst! Ach, schade! Schade, schade, schade! Gattuso! 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 Komisch, dass ich den ziehe! Wundert mich grad gar nicht! Gattuso! Ich glaube ja! Ich würde Yeah! Ja! 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 Oh mein Gott! Ich würde ja so ernst! Waaa! Waaa! Oh mein Gott! Injustice! Oh mein Gott! Nein! Oh mein Gott! 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 Lass dir mal! Wuh! Wie geil ist das denn, Leute? Wie geil ist das denn? Oh mein Gott! 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 Wuh! Mein Herz! Wuh! Häpfel! Die Elbe! Wuh! Alter! Alter! Woah! Alter! Oh mein Gott! Das ist aus der Kontrolle! Das ist aus der Kontrolle! Das ist aus der Kontrolle! Oh mein Gott! Wuh! 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 Ich glaub es nicht! Ich glaub es nicht! Ich glaub es nicht! Das glaub ich nicht! Das glaub ich nicht! Ich glaub es nicht! Oh mein Gott! Und ich hab nur eine Socke an! Ich! Also wer noch Packs gezogen haben möchte! Also wer noch Packs gezogen haben möchte! Ich steh gerne zur Verfügung! Als Packsieherin! Als professionelle Packsieherin! Ich glaub es nicht!